Liebe Movie-Teilnehmer, ich bin echt begeistert. Über 10.000 Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben mein diesjähriges Abenteuer mitgemacht. Als Schirmherr möchte ich mich natürlich recht herzlich für die rege Anteilnahme bedanken. Und ich freue mich jetzt schon auf Herbst 2011. Da startet nämlich wieder das neue Abenteuer. Und ich hoffe, dass ihr alle natürlich wieder mit dabei seid. Euer Sascha